Das war geradezu lächerlich. Uns nicht in die Diputationen wählen, aber dann Mitarbeit fordern, ist doch total schizophren. Und dass Sie so sehr an diesen alten Zöpfen hängen, finde ich genauso verwunderlich. Und darauf rekurrieren, dass normalerweise die Regierungspartei die Abschaffung fordert und jetzt ist es die Oppositionspartei. Das ist eben ein Kennzeichen dafür, dass wir andere Politik machen als Sie. Danke.